Hallo! Ist gerade Nacht auf dem Server. Ne, ich hab geschlafen. Oh Gott, im Himmel nicht, dass ich jetzt sterben will. Ne, ich erachte doch auf meine Freunde. Und auf dich manchmal auch. Ja, ich glaube, mehr kann ich nicht erwarten. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich greif nach jedem Strohhalm. Ne, nicht nach dem Strohhalm. McDonalds sagt nice. Die Papierstrohhalme reißen leichter, wenn du die greifst. Ja, das macht eigentlich dieses ganze Mining gerade nur noch umso schlimm. Es reißt einfach. Krieg, was ich nehmen kann. Der Strohhalm reißt, okay. Nicht nur das kannst du kriegen. So, jetzt nebenbei wieder hochlauern, was ich geschnitten habe. Das Schöne ist, wenn es... Hä, warum bin ich tot? Hä, wie, du bist tot? Warum bin ich im Wasser? Bist du... Really? Warum war ich im Wasser? Ich weiß nicht, wo du dich ausgelockt hast. Nicht im Wasser! Denk ich. Heißt du, dass ihr uns nach dem Kerl? Ne, ne, ne. Ich habe doch tausend Dinge hin. Achso, okay. Die Frage ist, welcher ist das? Äh, C. Irgendwas mit C. Ja. Das konnte ich mir merken. Das sind natürlich Standbilder ohne Ende hier. Ja. 300 Blöcke entfernt. Let's go. How could this happen to me? I made no mistakes. Ich habe den Text gar nicht. Jesus. Ejo, ejo. Ejo, ejo. Ich sollte nachher mal an Elefanten, um zu schauen, ob die Leder droppen. Ja. Oh, oder vielleicht Elfenbein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt machen wir richtig Cash. Äh. Äh, aber, äh. Ich habe das Naga-Schild nicht geupdatet. Wie viele haben wir nochmal getötet? Einen, ne? Einen hast du getötet, ja. Damit. Also es müssten jetzt... Acht. Sieben? Sieben? Acht. Sieben? Neun? Irgendwie sowas. Sieben, acht oder neun. Ja. Und ja, Leute, ich stehe gerade wieder, weil ich muss kurz was nachschauen. Siehst du auch wieder ne Gabel rein? Ne Gabel? Alles, was man sich spritzen kann, ist ne Droge. Wie willst du denn ne Gabel spritzen? Ja, reinstechen, spritzen ist doch alles dasselbe. Boah, du machst einfach den Mega-Move. Du baust die Spritzen an der Gabel, Digga. Let's go. Boah. Vierfach-Spritze. Digga. Jetzt reden wir hier. Marktlücke. So krank aus, Digga. Ja, das... Ist es sicher lohnt. Erstmal, wie die vierfache Dosis auf die Ruhigungsmittel oder so. Ja, wie oft kommt das vor? Du tötest ihn einfach. Äh, äh, passiert. So was kann immer passieren. Verschleiß. Leule, hier ist so ein unterirdischer Zombie-Höhen-Eingang. Ja, den will ich nicht ernähren. Oh, da geh ich jetzt rein. Die Bums sind nicht weg. Ey, warum hab ich hier Krokodil-Schild? Ja, aber ich hab da einen Krokodil getötet und das weggeworfen. Ah. Ich hab mich eigentlich auf dem Punkt im Wasser ausgelockt, wo ich bloß... Wo ein Block unter mir war, nicht zwei. Du hast es ja in der Aufnahme. Das schau ich jetzt nicht noch. Ich kann gar nicht in dieses Zombie-Ding, weil ich hab mir lauter Fisch hin, momentan. Du kannst nicht nachschauen, aber die Zuschauer werden sehen, wo du dich ausgelockt hast. Ich weiß nicht mal, ob ich die Folge bildet auch verbinden, das hoffe oder nicht. Ist das gerade nachts? Wie geht das? Ne, keine Ahnung, das war ne Frage. Ne, ich glaube es ist so ein Mittag um den Dreh. Oh. Wie hat's die im Auge? Krall dir eine Dose Monster-Energy. Der gewaltigste Energy-Drink auf diesem Planeten. Ja, das glaube ich nicht. Ne. Ist die perfekte Kombo, genau der richtigen Zutaten, in eben der richtigen Mischung, um den Job zu erledigen. Nur so, wie es Monster kann. Monster hat einen intensiven, aber sanften Geschmack. Athleten, Musiker, Punk-Rocker, Studenten, Road-Warrior, Headbanger, Nerds und Biker-Tinkers. Du wirst es auch. Ja, aber ich bin ja auch gleich erst einfach Headbanger und Nerds. Ja, Monster sagt's. Ah, ich hab irgendwas im Auge und mein Auge ist trocken und schmerzt. Ich mag sterben. Ich hab jetzt, ich spiel's noch mal bei deinem Auge. Wo wollen wir denn die Tittenfische hinpacken? Wir haben extra den verdient. Das ist eine gute Frage. Das sind übrigens Oktopoden. Oktopoden, eben. Squidward. Könnt's mir diese Scheiß-Bienen wieder aus ihrem Ding kommen? Könnt's mir den Blumen geben? Blumenleins! Blumenleins! You're going to suck my Blume. Hanni 255? Hallo, ist da jemand zu Hause? Hallo? Draus? Ich hab's abgebaut, ich hab's abgebaut, ich idiot. Ja, aber die Bienen sterben, nachdem sie gestochen haben, ne? Ja. Okay. Nehmen die auch ein neues Haus an? Das weiß ich nicht. Hm. Ach komm, warum hab ich denn jetzt wieder Stammbilder ohne Ende? Okay, die Bienen ist nicht mehr aggressiv auf mich dran. So, was soll ich mit den Fischen hin? Mal lass mich erst mal das mit den Bienen klären. Dann leg ich sie in dieser Lebe-Piste hier. Die Tintenfische, die der Einwand ausziehen, das ist so cool. Du darfst nicht wegfliegen, Biene! Du hast mich zwar gestochen, aber dein Leben ist nur lebenswert. Sie ist gestorben. Haben wir jetzt keine Bienen mehr? Doch. Komm mit, mein Freund. Wir werden ein Abenteuer erleben. Weißt du, was das Abenteuer sein wird? Du gehst jetzt in ein neues Haus. Die Bienen hat's angenommen! Ich starte mit das, mein Game neu. Es läuft doch immer schneller, die Hälfte, wenn man das neu startet. Okay, merke. Nicht bei Bienen-Nestern anklopfen. Okay. 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 Vielen Dank. Kann die andere Biene wieder auch rauskommen? Die eine Biene habe ich in meinem Bann. Die starb nicht an. Oh, die Sonne ist doch gerade untergegangen. Ich habe geschlafen. Ach, guter Mann. So, wir haben wieder drei Biene. So, es wäre nicht irgendwas passiert. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist doch auch nichts passiert. Wir hatten ganz am Anfang mal drei Biene. Die zwei sind einfach disapiert. Es ist doch nichts passiert. Keine Ahnung, was du meinst. Wir hatten immer drei Biene. Wir hätten zu viele haben können. So, welche Fische packe ich jetzt in meinem Deich? Heu bekomme ich ja wahrscheinlich. Heu ist ein bisschen dumm, dass wir die noch nicht gefunden haben. Wundert mich ja nicht, weil eigentlich sollten die ja überall spawnen, ne? Am Ende schwimmen wir schon so zwei, drei hinterm Aquarium. Es sind nur so dumm, die zu erkennen. Zutrauen würde ich sonst. Ähm, ja, ich schaue mal jetzt, was ich für Fische bei mir noch reinpacke. Funde, die Seefälle, ne? Vielleicht sind noch ein paar gespawnt, aber ne. Ach ne, Wasserfälle noch ein bisschen. Wo? Oben, oder? Bei mir? Aber ich konnte jetzt, äh, ich muss erst mal hier das mit dem Fische, die Fische vollenden, ne? Du hast dann Pufferfisch rein? Ja, das ist kein Pufferfisch. Ah, das ist die Flunder, oder? Die Flunder, ja. Das kann man schon sagen. Das ist ganz anders. Erst mal süß, Seidel. Ja, Tropenfisch, Tropenfisch, das sind alles Tropenfisch, oder? Ja, ich habe die Truppenfische mal in meinen kleinen Teig. Oh, wie cool der Turm auszieht, jetzt muss es nur noch das Dach fertig werden. Ich freue mich schon drauf, dass es immer noch vorgeneffällig ist. So, ihr kleinen Fischi. Nießt euer Leben. Boah, rein, hier kommt so viel mehr, Alter. Hast du so viele Fischereien, oh Gott, der Mümmel. Axolotl brauchen ja Luft, ne? Ich denke. Ich hoffe, ihr schwimmt hier nicht aus dem Wasser, also ihr fällt hier nicht aus dem Wasser raus. Ich habe mir immer deinen atlantischen Hering geklaut und pack den bei mir rein. Ja, alles gut. Also es sieht ziemlich unspektakulär aus, dass es ein Hering ist. Wir hatten es ja schon, dass die bei Egorin sind die aus dem Wasser gesprungen. Ich hoffe, die machen das hier nicht. Jetzt, überlegen wir, warum ich jetzt die Hände... Ja, dass ich so groß gemacht habe. Es ist auch bloß ein Block tief, also die müssen sich da echt zusammen... Ja gut, die sind auch bei drei Block tief aus dem Wasser gesprungen, die Trottel. Alter, das war so krank. Die sind mir jetzt auf den Sack gegangen, Alter. Ich hätte so gerne Schildkröten. Ja, ich so. Ich will Schildkröten haben. Ich will Schildkröten haben. Jetzt habe ich natürlich kein Glas dabei. Ich will jetzt so in Kisten rennen. Mein Gott, ich kotze gleich im Strahl. Aber ich habe noch... Oh, ich kotze im Strahl. Ich habe ja noch Fische bei mir im... Im... Ähm... Rucksack. Die habe ich jetzt einfach vergessen. Die fange ich da auch noch rein, ne? Kollegen. Oh, wait a damn minute. Hm? Ich habe ja was vergessen. Ich bin auch noch nicht mal fertig hier. Was ist das denn? Warum habe ich jetzt schon wieder stampelt? Ich habe doch gerade neu gestartet. Ja, ich hatte auch gerade welche. Okay, dann warst du jetzt wahrscheinlich ein Server-Lag. Maybe. Okay. Drei. Sechs. Neun. Zwölf. Ich habe Blobfisch. Was ist der für... Was hat er gerade gemacht? 36 brauche ich. Ich habe den Blobfisch gespawnt. Er hat einfach nach unten geschaut. Und ist straight nach unten geschwommen. Wie viel Holz brauche ich denn? Ja. Das ist immer noch nicht genug. Oh, nee. Creeper. Creeper. Amen. Wir beginnen mal. So. Das ist auch so ein Ding. Wollen wir ein neues Wohnhaus haben? Also nicht wohnen wir eigentlich hier nicht, weil wir immer unsere Schlafsäcke dabei haben. Ja, das ist eine gute Frage, die du stellst. Oder wäre das dann eher so ein symbolisches Wohnhaus? Einmal hier, wenn ich eine Achse zähle, ne? Mit Wayne-Mining. Boah, Digga, mein ganzes Haus wäre tot. Achso, ja, die Schilder brauchen wir noch, ne? Ey, jedes Mal, wenn ich mein Wasser wegnehme, bleibt das einfach weg. So dumm. Ach, weißt du noch, wie viele Schilder ich gebraucht habe? Du Idiot! Mann. Das ist 33, glaube ich. Oh mein Gott, der Blobfisch ist einfach auch einfach so die dümmste Kreatur, die je existiert. That's true. Ja, der Ficke dacht gerade, das ist eine gute Idee, wenn er aufs Schlau schwimmt. Oh nice. Lass mich sterben gehen. Das ist der Wahnsinn, wie viele Löcher ich hier habe. Ich habe mich schon wieder verrechnet, das gibt es noch nicht. Ne, endlich habe ich verrechnet und ich baue hier gerade was falsch. Ne, hier haben wir es auch so. Hier auch. Okay, ich verrechne mich die ganze Zeit bloß. Ich habe das Dach noch nicht gemacht. Wie ist es doch? Decke. Im Aquarium. Ah. Ah, das wird jetzt AIDS. Ich muss mich echt immer so viel vertue, ey. Die Rüste gehen übrigens nicht kaputt. Ah, was? Ah, perfekt. Perfekt. Ach, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche Kerosin So, wie mache ich jetzt das am besten? Was ist das für Musik? Der Harvest Moon Hatten wir schon lange nicht mehr Irgendwie Sieht aber anders aus, ich dachte der war blau Ne, es ist doch ein anderer oder? Ne, es gab ja einen Blue Moon für Glück oder so Ja 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 Vielen Dank. Spannende Musik. Hast du eigentlich schon viele Drama weitergeschaut? Nein, ich weiß gar nicht. Ich wollte? Habe ich? Nee. Kannst nicht wissen. Ich schaue viele Serien, okay? Das könnte ich gar nicht. Schon wieder ein neuer Fisch gespawnt hier, what the fuck? Ich muss immer eine schauen, maximal zwei. Was habe ich denn gerade alles? Ja gut, ich schaue auch gerade wieder eine doppelte. Oder zum zehnten Mal oder so. Ja, trotzdem. Ich schaue erstmal eine fertig, dann fahre ich die nächste. Oh mein Gott, als ob die Blöcke perfekt reichen. Wie als hätte ich gewusst, wie groß das Dach ist. Irgendwo noch normales Quarz? Ja. Ich glaube nicht. Okay, hat doch irgendwie funktioniert. Ich könnte mal nicht einen Peaceful Moon haben, wo keine Mops bauen. Kann man das glatten Quarz stuf machen? Oder man kann das Marmor stuf machen, das wäre natürlich auch schön. Ja, dann nehme ich doch die ja. Ich muss mein Handy anstecken. Okay, na, warte. Okay, na. Uhm. Äh... Ist ja okay. Die Erfahrung ist fertig. Nice. Jungs, wo wir Eisendgitter? Ja, ich war nicht mit dem Verschluss, den ich noch hatte. Ja, ich habe jetzt den Baum benutzt, aber es sollten trotzdem noch sein. Ah. Unten? Ja. Perfekt. Okay, dann brauche ich zwei von denen, dann brauche ich noch vier und drei. Dann nehme ich dafür her. Ja. Viel Kerosin haben wir noch. Und nicht mehr viel. Ja. 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 Ich brauche einen Cleric Was? Ehh, ein Villager Weil der Trader ist los drum So, dann habe ich einmal das Ach so, das akzeptierst du jetzt natürlich nicht, ne? Hm, das war echt nirgends, wo wir ja normalen Marmor haben, oder? Wird ich jetzt echt draußen nochmal im Arm holen? Du wirst doch für deinen Spitzhack mitnehmen, oder? Ne, du brauchst drei davon, oder so Willst du einen Spitzhack haben? Die liegt doch in der Küste Okay, welche? Ganz links, die nur erste Reihe Aber wir müssen das echt mal sortieren Ja So Das Ding ist jetzt glaube ich nicht ganz Wirst du schon laufen? Ehh, ach warte, ich kann mal meinen scheiß Dingo suchen In einer dieser Kisten muss ja liegen In einer dieser Kisten In einer dieser Kisten will ich gleich taug Da habe ich die Kiste oben auf meinem Haus gelegt Das kann natürlich auch sein Da wären auch mal Eisengüter drin gewesen Ja, so wie sehe ich schon Was zuge ich denn gerade eigentlich? Ich weiß es nicht Ach, dein Spitzhack, gell? Hier im Fass, beim Oberen Fass ist es Sonst brauche ich nur noch drei Heubollen Jetzt Sag jetzt nicht, dass ich genau drei Heubollen zu Drei Heubollen zu wenig habe Jöf, ich glaub drei zu wenig Hallüchen, Freunde, guten Morgen He, guten Morgen Heute wird gearbeitet Und ihr kriegt wieder n bisschen Geld von mir auch in die hand nehmen und dann müssen wir uns auch mal um die richtige frau es geht um zu gut die ganze schütte und kraftoffeln und so sind deko plötzlich ist die kurze kaum geht es zum arbeiten ja die kisten gehören sortiert mein freund ich habe das loch ausgehoben man kann so etwas machen gestern auf nacht machen oder ich mir gedacht kann ja auch mal was machen wie viele leute stehen mit um mich hier nimmt meine stöcker ich glaube das war ein bisschen zu viel ich habe zu viel iron nuggets gemacht sollte erst die wohnung erst die stockwerke machen und dann drüber nachdenken muss ich an beleuchtung mache doch wichtig was ist beleuchtung so jetzt kommen die final touches zum doch und dann ist der schritt sogar fertig ich finde das so krank dass mit uns so enttäuscht von mir dass mir das ist so später aufgefallen ist diese holztaktik warum liegt hier oben schnee auf einem fleck von meinem dach es ist überdacht kannst du mit kein schnee wind ich habe jetzt doppelt kaufe ich verkaufe nicht nur die stöcke soll ich kaufe auch holz also es wird hier zu einem richtigen business business booming goddammit ah das muss mir nicht sorastat ah das muss mir nicht sorastat ich habe jetzt das einzige problem was diese taktik hat ist dass wir glaube ich kein gewinn machen mein gott ja also wenn ich einmal so aus der rum fliegt sieht das schon geil aus naja so nicht fertig es war wieder noch der balkon wo geht das was sind denn jetzt so viel auf einmal so zieht ich will den scheiß crossbow nicht ich will stecker verkaufen wir wollen alle keine stöcke mehr fletschern lerne warum spring ich jetzt immer noch ins haus rein ich bin schon wieder ins haus reingesprungen statt zu unserem lager haben wir irgendwo flint flinty flinty flint 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 easy so acht seine noch 246 1812 tona kannst du bitte weg gehen da muss ich dann wird hinstellen tona du bist auch kein shepherd du darfst dich in die reihe der fletscher ein neuer fletscher ist geboren nice gib mir gib mir deine esmaragde alle hände hoch die hände hoch ich schieße dich ich schwör dich apart ich darf das nicht ich habe eine nachricht bekommen ja auch mal wieder steck zeppling äh zepplings soll ich mal wieder den holzbestand bisschen auffüllen ach komm fick dich doch ins knie ja wenn ich trage noch ich habe viel davon ich fühle mich irgendwie an komfte wollen sie sich alle um mich rum sammeln ja das muss reichen hier haben wir wieder die ganzen stöcker und holzdinger rein und die pfeile die ich nicht brauche weil er mittlerweile ist so viele pfeile ist der wahnsinn ja sie können wir auch gut gebrauchen ach leck mich doch drei vier fünf brauche ich noch ok du kannst dich auf den weg machen der turm ist vollendet von außen mach ich sofort ich mach noch schnell was für dich ach endlich jetzt fehlt nur noch die bürden in den stockwerten aber dann sollte es sonst ich glaube mein kopf ist gecrusht ne ich schlafe kurz ich schlafe um mit eigenen türen statt rein zu gehen Minecraft in a nutshell da muss ich jetzt nochmal außen rum fliegen oh ja mit dem balkon ist es auch nochmal einiges besser die spitze erreicht sogar wolkenhöhe jetzt zählen aber so gut wie ich dass da schnee drauf landen wird ja sehr was ist das dann ja das blaue holz macht sich doch besser als erwartet ja schon ich hab noch gar nicht nach den fischen geschaut wo ist warum chillt ihr alle in einer ecke ok ein paar sind da rum warum sind da so viele ihr seid jetzt nicht von der einen seite da rüber gekommen oder aber wie ja da ist ja eine verbindung so ist es nicht aber ja wo ist eine verbindung hier äh beim einkommen ach so oben ach so oben ach so oben ich hab dann nach unten geschwommen und dann wieder da hoch aber warum seid ihr alle hier äh da ist halt einfach besser aber warum keine ahnung ist doch einfach so guck da guck wer dagegen ankämpft der wird gleich runter gezogen der wird nicht mehr lang glücklich sein die können gar nicht gegen die strömung ne der schwimmt eigentlich mit der strömung er versucht nach unten zu kommen hat er aufgegeben ich dachte da ist was falsch wie das ist was falsch hast du Wassereimer äh ne hier die hier die zwei hier das ist eine falsche strömung stimmt hast du einen eimer ne deswegen hab ich gefragt ok naja ich dachte du hättest nur nach dem Wassereimer gefragt gut dann würde ich auch sagen das war's mit der Folge lasst ein like und ein abon da wenn es euch gefahren hat schau bei der es kommen vorbei schau bei der Twitch geht auch vorbei morgens 17 Uhr geht es weiter bis wie es war tschüss 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 tschüss